So, dann wollen wir mal gucken. Ich will jetzt heute zum ersten Mal ein Stück Fleisch in meinen Meat Toaster zubereiten. Ich mache es nicht wie alle anderen Leute mit Beef, sondern ich mache es mit Schweinenackensteaks. Der Meat Toaster ist vorgeheizt und jetzt packen wir zum ersten Mal Fleisch ins Gerät und ich werde es, ich weiß nicht, ob man es sieht, versuchen 45 Sekunden drin zu lassen, ohne dass es allzu sehr verbrennt. Heiland, zack! Okay Leute, ich glaube, wir sind jetzt so knapp bei 40 Sekunden. Ich nehme es mal raus. Junge, 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 Junge. Ich würde sagen... So, jetzt machen wir mal wieder. Und nochmal die andere Seite. Hm, ich habe hier ein Display mit der Kamerauhr. Jetzt könnte man ihn mal so machen. Ach, Pi mal Daumen dürfte es jetzt reichen. Also, Kruste kann er. Ich lasse es noch nahe ziehen und dann wird es angeschnitten. Also, wir sehen uns mal. Vielen Dank.